Du kennst das. Dein Lehrer legt dir ein Gedicht vor die Nase und sagt, du sollst es untersuchen. Aber was untersuchst du da jetzt genau? Kurz gesagt, es geht um den Inhalt, den Sprecher, die Form und die Sprache. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Zuerst der Inhalt des Gedichts. Nimm dir dafür einen Moment Zeit und lies dir erst einmal das Gedicht komplett durch. Lass es auf dich wirken. Überlege dir dann, worum es geht. Was ist das Thema? Danach kannst du dir überlegen, wie das Gedicht wirkt. Versuche, die Stimmung zu beschreiben, die das Gedicht in dir auslöst. Ist es fröhlich, traurig, bedrückend oder hoffnungsvoll? Danach untersuchst du den Sprecher. Manchmal wirkt es, als würde jemand das Gedicht sprechen. Das erkennst du an Wörtern wie ich, mir oder mich. Man nennt diese Person, also den Sprecher des Gedichts, das lyrische Ich. Jetzt zur Form des Gedichts. Das erste Merkmal sind die Strophen. Die erkennst du, indem du die Abschnitte zählst, in die das Gedicht eingeteilt ist. Hier sind es drei Strophen. Eine Zeile eines Gedichts nennt man Vers. Und nach einem Vers macht man beim Sprechen eine kurze Pause. Diese Strophe hat also vier Verse. Ein weiteres Merkmal ist das Reimschema. Um dieses herauszufinden, achtest du nur auf das letzte Wort in jeder Zeile. Die Wörter, die sich reimen, also sich sehr ähnlich anhören, markierst du mit dem gleichen Buchstaben. Dann schaust du dir an, welche Muster die Buchstaben ergeben. In diesem Fall handelt es sich um einen Paarreim. Diese Liste zeigt dir, welche anderen Reimschemata es sonst noch gibt. Du verfährst bei der Bestimmung aber genau gleich. Zur Form des Gedichts gehört zuletzt das Metrum oder Versmaß. Das ist der Rhythmus, in dem das Gedicht gesprochen wird. Um dieses zu bestimmen, sprichst du den Text ganz langsam und gut betont. Markiere die betonten Silben mit einem X und die unbetonten mit einem U. Dann kannst du das Metrum anhand des entstandenen Musters bestimmen. In diesem Fall ist das Metrum des Gedichts der Trocheus. Zuletzt untersuchst du die Sprache des Gedichts. Schau dir dafür die Buchstaben, Wörter und Sätze ganz genau an. Vielleicht kannst du sprachliche Besonderheiten oder rhetorische Figuren entdecken. Möglicherweise beginnen viele Wörter mit demselben Buchstaben. Das nennt man eine Alliteration. Eine Metapher liegt vor, wenn ein sprachliches Bild genutzt wird, um etwas zu beschreiben. Wenn man sagt, jemandem wird das Herz gebrochen, beschreibt das großen Schmerz. Das Herz ist aber nicht tatsächlich gebrochen. Das sind aber nur beispielhaft zwei der vielen rhetorischen Figuren, die in einem Text auftauchen können. Manchmal findest du in Gedichten auch unvollständige Sätze oder andere Besonderheiten. Überlege dir, welchen Zweck der Autor damit verfolgt. Wenn deine Lehrerin oder dein Lehrer also von dir verlangt, ein Gedicht zu untersuchen, dann denke an diese vier wesentlichen Aspekte. Inhalt, Sprecher, Form und Sprache. Sprecher Schmerz